Hey, in diesem Speedboarding-Tutorial zeige ich dir ganz schnell, wie du auf Mac oder Windows den Ever2Mod installieren kannst. Das Ganze heißt deswegen Speedboarding, weil ich hier ganz schnell rede und das auch nur für Leute ist, die sich mit Minecraft-Mods auskennen. Das heißt, wenn du hier nichts verstehen würdest, kein Problem, guckt aber bitte das Original-Video an mir hier oben links und nicht das hier, denn in diesem Original-Video erkläre ich das alles für jeden, das heißt, dort versteht das auch jeder. So, wenn du das aber wirklich hier antun willst, gehst du hier auf die Seite des Mods, Link ist in der Beschreibung, und guckst als erstes, welche Version hier oben links steht. Das muss nicht diese hier sein, das kann aber irgendeine sein und vergesst nicht, guck deine Minecraft-Version an und der übereinstimmt, alles okay, vergiss, was ich gerade sage, aber wenn sie nicht übereinstimmt, dann musst du erst noch auf diese Version downgraden, die hier oben links steht. Wie gesagt, vergiss das nicht. Story gibt es auch nochmal hier verlinkt. Dann scrollst du runter, wenn du das gemacht hast, beziehungsweise wenn du gescheckt hast, dass die Versionen übereinstimmen, und jetzt hier auf Install Instructions und dann lädst du dir diese ganzen drei Dateien, das heißt Forge, Player API und Player Render API. Bitte lad die von hier, das ist wichtig, weil die Versionen spielen auch eine Rolle, in der die kommen. So, dann scrollst du hier nochmal runter, gehst zum Ever2Mod und lädst dir den Ever2Mod von hier, runter, wie gesagt, draufklicken, über AdFly kennst du das Ganze. Dann lädst du die runter, putzt es am besten auf deinen Desktop oder wie auch immer, gehst in deinen Minecraft-Ordner, wie ich es hier habe, dann in den Win-Ordner, wie gesagt, hier solltest du ja, wenn die nicht übereinstimmt haben, das gedowngradet haben, das ist wichtig. So, und dann gehst du in deine Minecraft.jar-Datei und wichtig, hier löscht du jetzt erstmal den Meta-Inf-Ordner auf Windows, weg damit. Und jetzt machst du deine ganzen drei Dateien hier auf, hier drunter gelasen, das heißt Forge, nimmst alle Forge-Dateien und ziehst hier drüben rein. Das Ganze machst du jetzt auch mit Player-Api, alle Dateien auswählen und einfach hier drüben in deine Minecraft.jar-Datei reinziehen. Und das Ganze machst du auch mit dem Player-Render-Api, alle Dateien auswählen und hier drüben reinziehen. So, wenn du das gemacht hast, ist alles schon gut, du scrollst zurück und in deinem Minecraft-Ordner erstellst du einen neuen Ordner, den du Mods nennst und in diesen Mods-Ordner gehst du rein und tust da die Ether-2-Zip-Datei rein. Das ist es schon, jetzt kannst du Minecraft starten, das heißt nicht ganz normal wie immer einloggen. Dann lädt dich Forge runter, wenn du den Fatal-Arow bekommen solltest, mach den Fatal-Arow-Fix, den ich da verlinkt habe. Und dann siehst du schon, du kannst ausführen, ob du den Ether-2-Mod starten willst oder Ether-1, startest den und zack, du hast es geschafft. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal!